Jo Freunde, was läuft, was geht? Gamble, Joey ist zurück, eine neue Folge, wir sind heute wieder im Sporthazer Casino, es geht in eine Runde Doghouse Megaways heute, mein Lieblingsspiel Ich habe richtig Bock, wir haben eine Balance von 24.000 Euro, sage und schreibe 24.000 Euro, wir gehen rein, 2.000 Euro Bonus bei Video Es wird ehrenlos, ich hoffe da kommt heute was, ich habe echt Bock auf das Game, mal wieder Doghouse Megaways Packmatic Play, einfach ein nicest Ding und jetzt Hütten und fertig So, Walze 3 direkt, eine hinterher, ja, guter Start, let's go, jetzt weitermachen, weitermachen, gut 1.944, zack, direkt, Batz, voll drauf, 2.300, Kus, Kus hinten, jetzt noch Hütten 220 nochmal, 2.700, gut, aber leider, leider relativ spät, 3.104 Euro, nice, direkt ein 1.000er Plus Und auf 25.000 Euro Ist halt, oah, was war das für ein Bild schon wieder Kriegst du ja wieder einen Raster hier Aber wir sind auf über 25.000 Euro, das ging ganz fix Irgendwie Ich habe das Gefühl, das Spiel ist schneller geworden, oder? Oder ich bin langsamer geworden, kann auch sein Schön, dass ihr wieder dabei seid, wir gehen rein, komm Komm Ding, 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 ding 4 Scatter, super, richtig gut Auf 20 Euro 4 Scatter Hatte ich schon sehr positive Erfahrungen mit Da müssen jetzt nur die Hütten direkt rein verlattern Keine Dead Spins Okay Besser eine als keine Hütte Das kann's werden Das könnte gut aussehen, ja Gut ausgehen auch Beide mit My3 hier, das ist gut 712, 1.300 bisher Jetzt noch ein paar Hütten rein Und das könnte richtig schallern Ah, traut er sich nicht, ne? Ja, wir sind schon auf 2300 So hinten Gutes Bild mit den Zehnern Nice Komm, jetzt nochmal blauen Hund Mach uns nochmal den blauen Hund 3700 Euro bisher Ja, hinten, oh, oh Muss halt weiter hinten durchziehen 684 nochmal, gut Blau, blau, nee Zehner, Zehner Die sind halt läppsch, ne? 4486 Euro Das schmeckt Das schmeckt Kurz mal auf 27.000 Euro gespielt Innerhalb von ein paar Sekunden gefühlt Das geht gut ab hier Ziel natürlich 30.000 Jetzt erstmal als Etappenziel Ding Ding Ah So reinkommen würde ich auch fühlen Hier wahrscheinlich auch Irgendwie ist das viel schneller geworden, oder? Nur ich, dass der das denkt Ich habe irgendwie so ein Gefühl Come on Let's go Wir gehen nochmal rein 2.000 Euro Bonus Buys Habe ich ja gesagt, dass die heute gibt Ding Okay Genau, 25.000 Euro Und haben jetzt die Fries Let's go Let's go Das ist schon echt gut Wenn er jetzt nochmal weiterziehen würde mit Hütten Oh Oh Das sind viele Cars 3648 Nice 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 720 nochmal Zehner Noch eine Hütte Und jetzt noch einen blauen Hund vorne Komm Ah Aber auch Gutes 600 nochmal 5.564 Schmeckt Ah Geil Leckofano Wir sind wirklich hoch auf 30.000 Euro Einfach so Da ist das nice Ist das nice Leute abonnieren nicht vergessen Like nicht vergessen Den Shit seht ihr nur Mein Gamble Jogi Und gerne auch kommentieren Ich freu mich wirklich über jeden Komm 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 Ah Ah Schade Wäre auf jeden Fall Viel wert gewesen Weil ich will nicht unter 30.000 jetzt fallen Und im Optimalfall hätten wir dann wieder ein bisschen was zum Spielen 90 Euro nur Einfach Firmareihe Ja echt geile Session Muss ich ja wirklich gestehen Komm Geh nochmal rein Ja ich denke ich werde hier einen Cup machen Hat mega Bock gemacht Falls ihr noch was dachten wollt Checkt die Links in der Videobeschreibung Vergesst nicht Glücksspiel kann süchtig machen Spielt bitte nur mit dem Geld Was ihr überhabt Man hat nicht immer so viel Glück Haut rein Macht's gut Euer Gamble Jogi Bis morgen Ciao Ciao